Bob Geldof trauert um seine Tochter. Peaches Geldof ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Die zweifache junge Mutter wurde tot in ihrem Haus in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgefunden. Die Polizei geht von einem ungeklärten und plötzlichen Tod aus. Peaches Geldof war die Tochter der irischen Rocklegende Bob Geldof und der britischen Fernsehmoderatorin Paula Yates. Peaches Geldof war als Model und Moderatorin bekannt. Die Mutter starb im Jahr 2000 an einer Überdosis Heroin. Auch Peaches Geldof soll Drogen genommen haben. Bob Geldof reagiert bestürzt. Wir sind außer uns vor Schmerz, schreibt er auf Twitter. Peaches Geldof hinterlässt ihren Ehemann Tom Cohen und zwei kleine Söhne.